Wie viel ist eine Galeone in Muggelwährungen wert? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Fans auf Reddit haben eine detaillierte Aufschlüsselung gemacht und die Kosten für Gegenstände und Essen in der Zaubererwelt mit ihren Äquivalenten in der Muggelwelt verglichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass eine Galeone ungefähr 23 Euro wert sein könnte. Einige Kosten für Gegenstände nach diesem Umrechnungskurs schienen sinnvoller als andere. Während Butterbier und heiße Schokolade etwa 3 Euro kosten würden, hätte eines von Harrys Schulbüchern 160 Euro gekostet. Die Weasley-Zwillinge hätten 23.000 Euro Preisgeld von Harrys Gewinn des Trimagischen Turniers erhalten. Comic Relief veröffentlichte ein Transkript ihres Livechats mit J.K. Rowling aus dem Jahr 2001, in dem sie die Autorin nach dem ungefähren Wert einer Galeone fragten. Rowling antwortete, es seien etwa 5 Pfund oder 6 US-Dollar, obwohl der Wechselkurs variiert und man argumentieren könnte, dass Gegenstände in der Zaubererwelt einfach andere Werte haben als in der Muggelwelt, scheinen mir 60 Cent für ein Butterbier doch etwas wenig. Oder was sagt ihr? Folge mir für mehr Harry Potter Inhalte.